Willkommen bei Easy Feedback. Ich bin Dennis und ich zeige euch jetzt in den nächsten Minuten, wie ihr eine eigene Umfrage anlegt. Wenn ihr noch keinen Account bei Easy Feedback habt, klickt einfach hier oben rechts auf Umfrage erstellen, legt euch einen Account an und dann könnt ihr auch direkt selber starten. Nachdem ihr euren Account angelegt habt, kommt ihr direkt in das Easy Feedback Umfragetool. Um eine neue Umfrage anzulegen, klickt ihr einfach hier oben Neue Umfrage anlegen, habt die Möglichkeit ohne Vorlage zu starten, eigene Vorlagen wieder zu nutzen oder aber die Easy Feedback Vorlagen individuell auf eure Bedürfnisse anzupassen. Die sind alle kostenlos, könnt ihr alle benutzen, könnt ihr alle individuell anpassen. Sobald ihr eine Umfrage angelegt habt, kommt ihr auch schon direkt in den Fragebogen rein. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Begrüßungsseite zu setzen, eure Teilnehmer anzusprechen. Ihr könnt mehrere Frageseiten aufbauen und auf jeder Seite Fragen platzieren, so viele wie ihr wollt. Da gibt es keine Begrenzung. Ihr könnt die Fragen einfach von einer Position auf die nächste verschieben. Das ist ganz einfach und wenn ihr was Neues hinzufügen wollt, kriegt ihr hier die Auswahl mit Fragen. Hier sind unsere ganzen Fragetypen. Wählt einfach den Fragetyp aus, den ihr benötigt oder fügt einen Text hinzu, ein Bild, ein Video, Audio, eine Trennlinie oder auch eine neue Seite. Baut einfach die Fragebogen so auf, wie ihr den braucht. Habt ihr das gemacht, könnt ihr hier oben rechts über die Vorschau euch auch ganz einfach die Vorschau anzeigen lassen. Das heißt, ihr klickt auf die Vorschau, kommt immer euren 1 zu 1 Stand und könnt genau das sehen, was der Teilnehmer aussieht und das damit testen. So und um der Umfrage auch noch ein eigenes Layout zu geben, das Ganze an das Corporate Design anzupassen oder an eure Situation, klickt ihr einfach hier oben auf Layout und könnt hier individuelle Layouts erstellen. Einfach über den Plus-Button neues Layout anlegen. Haben wir schon mal vorbereitet. Hier könnt ihr ein Hintergrundbild platzieren, ihr könnt ein Logo hochladen, Schrift anpassen und auch weitere Farben anpassen. Wenn ihr das gespeichert habt, zeigt euch einmal die Vorschau unten an, wie es später aussieht und ihr geht einfach zurück in die Übersicht, klickt auf eure Umfrage, geht dort in die Einstellung und wählt hier das Layout aus. Hier könnt ihr alle eure Layouts auswählen und so für jede Umfrage individuell das ganze Design festlegen. Ganz einfach Einstellungen speichern und wieder auf die Vorschau klicken und schon habt ihr eure eigene Umfrage angelegt mit euren eigenen Texten, mit euren eigenen Fragen, mit eurem eigenen Design und könnt schon starten.